Oh, 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 I'm missing you. Tell me why the road turns. Oh, 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 I'm missing you. Tell me why the road turns. Also ich bin Ademola Okulaja, spiele seit der vierten Klasse Basketball. Ich bin seit drei Jahren bei Tuschlichtefelde, habe davor bei DTV gespielt und hoffe, dass ich irgendwann mal groß rauskomme. Ich bin seit drei Jahren bei DTV gespielt. Ich bin seit drei Jahren bei DTV gespielt. Rucolacca zählt. Ali Begovic und er ist drin und das ist der Sieg. Da lege ich mich fest und Sie freuen sich. Unbändige Freude nach diesem Sieg, diesem Historischen. Dieses Wort ist heute wirklich angebracht. Vielen, vielen, vielen Dank 9000 Zuschauer. Jeder hat rumgeschrieben. Mein guter Assistent, Ademora Colacca, wird jetzt den Gewinner ziehen. Dankeschön, Superstar Patrick Viermerling. Das war's für heute. Das war's für heute. Gewinnen. Wir wollen alles gewinnen und man weiß nie. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020